Schade. Ach ja, ihr könnt hier die Hook jetzt bei euch da rechts reintun, wa? Dann ist die ja so ausgerüstet. Also als Ausrüstungsgegenstande habt ihr da keinen Inventarplatz weg. Achso, das ist gut. Uh. Uh, herrungeschafft. Du, Thomas, das ist ein Goldteil im Moment nicht. Es reicht. Ich hab noch Gold, hier kannst du vielleicht... Wir haben jetzt 23 Gold, vielleicht kannst du noch was machen. Nee. 30. 30. Ich hab schon das günstigste genommen. Oh. Kombinieren, da braucht man diesen komischen, wa? Den blauen. Ich glaube, ja. So. Ja, wo ist jetzt der Boss? Neuerling. Liebbar. Wo? Gucken wir mal. Können wir uns das Auge rufen. Aber die Nacht ist jetzt bald rum. Na gut, da geht das nicht. Dann müssen wir noch warten. Ach, Ambos, hier wo ich hin. Haben wir noch andere Waren da genügend? Gupfer haben wir ganz viel. Oh, Gupfer. Mach ich mir noch. Lead habe ich mir jetzt gerade genommen, also Eisen. Aber die sind ja auch voll teuer. Dann hol ich mir vielleicht einen Eimer. Eimer? Hm. Für. Nur Mülleimer. Nur Mülleimer. Wenigstens etwas. Genau. Das brauche ich nicht, um schnell zu sein. Tch. Tut, Merci, Judith. Ich bin, zwei minster. Nur Mülleimer. Grüße. Nur Mülleimer. Nur Mülleimer. Deine Mülleimer. Wenn Ihr ihn schon wieder communist aus. Nur Müllerimer. Nö, 4- wozu für die Kico. Nö, 3- wozu. Nö, 5- wozu. Wiener Mülleimer. Wiener Mülleimer. Gnö, 3- wozu. Tch. Was Pentби. Ja, sollen wir dann nach ganz links gehen und gucken, ob es da ist oder nach rechts? Ja. Ja. Warte. Ich mach mir noch eben mit. Oh. 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 Und einen leeren Eimer brauche ich mir. Wofür? Da kann man Lava mitnehmen. Ja, stimmt, aber... Wenn ich auf Lava treffe... Ja, dann brauchst du aber Wasser. Ja, das hole ich mir dann auch. Ach so. Ja, ist noch nicht fertig. Oh. Äh, das neue Kupferbarren da, ne? Ich hab schon. Gut. Du dein. Du dein. Du dein. Du dein. Druckplatte, Müll. Stiefel, Stator. Komm mal rein. Da. Cool. Und zwar... Okay, glaub ich bin hier bereit. Pfeil habe ich genug, Gold habe ich genug Wenn ich das Gold in die Truhe tue Dann geht das nicht weg, wa? Nein Du kannst dir aber bei den Typen So ein Sparschwein holen, dann stellst du dir das irgendwo hin Dann kannst du dein Gold auch reintun Ehrlich? In welchen Typen? Ja, ich Gans, glaube ich, ja, ja Bucknet Du Sparschwein, ein Gold Ich tue meins nach hier Jule Jule Was tut meins denn? Muss er auf den Tisch tun Nice Schmeiß dein Schwein da rum Matze Schmeiß dein Schwein da rum Boop Boop Silber Geil, das ist cool Jo Hast du kein Schwein, oder? Oh, hab ich ganz vergessen Bierbottich Achso, zum Bierbrauen Ja, stelle ich meins da rum Brauchen wir das? Keine Ahnung Schmeiß 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 Ich bin schnick, 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 die Pizzarre So So Ich hab noch Pfeile Ja, auch noch Das hört sich doch gut an Ich hab auch hier Spinne Und Rope Die kannst du auch selber benutzen Den kannst du auch selber benutzen Ja, ich glaub dir immer integer Ja, ich glaub dir immer integer Auf geht's, dann laufen wir Ja, dann laufen wir Jaaaaay Ja, also 50 Wind Aladin Nicht so schnell, ich komm nicht hinterher Ich bin DEMME Heee Hehehe Hahaha Matze kann mit seiner Kralle eigentlich Wie kannst du auf den Boden, dann kommst du auch schnell mit Ohhhh Das ist schiefen Ui, wirklich, kacke Was ist das denn? Sandsturm Vollball Komm Langsamer Ach, hier hab ich die behinderte Schachtel Ich hab Puppe gefunden, ich muss wieder zurück Oh, das ist cool Hier, guck dir mal die Höhle an War hier schon Ach so Mach die Wind Wind Oh jo Der Wind schlägt einen zurück Das ist ja auch cool Ja Du meinst, ich sehe dich nicht, du Teier? Hey Boom Bisschen flach Hey, ey Ey, ey Was ist das für ein dicker Käfer? Ver... Der ist so ein arm als ein Käfer, was? Alter Oh, da kommt direkt noch einer Lauf Sogar die Glimmer laufen da vorweg Ich warte mal Du Pflicht Teppich Puh Ach, er ist ja weg Ein Glück Ah! Abgestürzt Weiß klein Du bist voll misshandelt Alle gucken zu Gar nicht wahr Nach dem Eingestanden Nach wo? Haar Eingelöpft Oh Gott! Ich benutze deinen Haken Ach, behindert, ey Ich komm nicht hoch Ne Der spinzt ist zu stark Ja, geht doch Ist der Wind nur in der Wüste? Ja Ach, ist das behindert, ey Der Wind ist ja kacke Ach, ein Glück In der Höhle In der Höhle Ein Baum Schon wieder? Nein! Hm... Nein! Ne, ich glaub hier ist der Dschungel Oder? Ne, dann Doch, hier ist der Dschungel Dann ist die Festung rechts Hm Ist dann jetzt rechts Also nach rechts Gerichtskenslieger Ja Na ja, rechts Ey, Wind Treibe mich Ah, der hat draufgehört Ja Oh, Alter 65, schau Oh ja, Wind Gut Ach, da warten sie Käfer schon auf mich, ey Ich seh dich Kann zwar rennen, aber nicht gleiten Hahaha Oh, Headshot Jetzt kommt er von der anderen Seite der Scheiß Wind Nein! Oh, das ist doch vollbehindert Kralle Es geht los Ah Pisch Pisch HALF! Gleiter mein Teppich Flieg! Er kann ja erstmal Über alles hinwegfliegen, Alter Und ich muss hier wie so'n Gott umlaufen WUAH! Verpischst dich, du Geier! Der jagt mich Aaaah! Ouh! Oh yeah! So war so'n Büschel verfolgt mich, ey Ouh! 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 Oh yeah! Ouh! 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 So war so'n Büschel verfolgt mich, ey Ouh! Ouh! Lass die Tür nicht überlaufen. Lass die Tür nicht überlaufen, die Tür nicht überlaufen, die Tür nicht überlaufen wird. Lass die Tür nicht überlaufen, die Tür nicht überlaufen wird. Lass die Tür nicht überlaufen, die Tür nicht überlaufen wird. Lass 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 die Tür nicht überlaufen. Vielen Dank.